Evasena, was hast du zu deiner Anklage hier zu sagen? Ohne einen fairen Prozess hat man mir bereits Handschellen angelegt. Ich wurde ohne Verhandlung verurteilt. Ist das gerecht? Du bist schuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. So steht es in Mahishmatis Gesetz. Nicht einmal Barbaren würden solche schrecklichen Gesetze wie dieses hier erlassen. Werft eure Gesetze ins Feuer! Werft eure Bündnisse ins Meer und begrabt eure Abhandlung tief in der Erde! Ein geistloses Königreich mit dem Namen Mahishmati! Evasena, sprecht nicht so abwertend über unser Königreich Mahishmati!